Willkommen zurück! Let's play! Nier Automata! Und jetzt auch mit dem richtigen Waffen-Set ausgerüstet, stellen wir uns dem Guerillakrieg. Einer übermäßig großen Invasionsarmee scheinbar. Das ist Unit 7B mit Vanguard Squadron Delta. Wir sind gerade bei einigen Maschinen, die sich ihre Gedanken verloren haben. Das ist eine Stufe 20. Es ist ja kein Wunder, warum die Kacke sind. Oh ne, ich merke aber gerade, dass es zwar jetzt mit dem richtigen Waffen-Set passt, aber ich muss halt eben definitiv die schweren Angriffe nehmen. Wow, gerade noch ausgewichen. Ich glaube, die müssen sterben. Ich sollte vielleicht auch einfach mal wieder anfangen, Raketen zu feuern. Die habe ich gesehen. Die springt mir hier ein bisschen aus dem Weg. Nope, du nicht. Auch wenn du von hinten kommst. Autsch! Okay, du schon. Wupp. Da kam gerade eben wieder ein Angriff von der Seite. Kann schon wieder. Ich muss hier auf jeden Fall die ganze Zeit die harten Angriffe nehmen. Weil die sonst einfach mies entgegenfeuern. So. Da hinten jagen sie noch. Einer ist da noch. Scheinbar. Jawohl. Und da fangen wieder diese geilen Haker an. PC-Version for the win. Hallöchen. This is 3B, Captain of Theta Squadron. The enemy machines are multiplying in front of us. We can't hold this position. Ja, jetzt hätte ich ganz gerne Hilfe von unserem Freund. Nein, S. Der könnte sich doch jetzt super in den Großen da reinhacken. Na komm. Mach mal ein bisschen Terror hier. Das sieht doch schon einiges besser aus. Äh. Ein paar haben wir hier noch. Wupser. Au. Au. Schnell weg hier. Aber der hackt hier ordentlich drauf. Der fette Hoshi. Und da kommen noch mehr Freunde. So. Jetzt gibt mal dem Großen hier ein bisschen Zaster. Steht man nicht vor ihnen wie die letzten Klöße. Was seid ihr? Aus Final Fantasy 15 oder was? KI wie ein Horst. So. Aber dich haben wir. Uh. Mein Loot. Ihr habt nichts getan. Ich lebe noch was. So. Wow. Na komm. Was soll schon passieren? Wo sind denn hier meine Freunde? Da sind meine Freunde. Oh Mensch. Die sind ja ganz schön angeschlagen. Können wir die nicht heilen oder so? Oh. Die müssen da lang. Man hört sie von allen Seiten schreien. Kriegen nicht mal Schaden. Nichts passiert. Aber schreien können sie. Hallo. Ich habe deinen Angriff schon mitbekommen. Meine Panic Roads sind überall. Und meine Raketen sowieso. Autsch. Autsch. Ey. Seid doch mal nicht so. Ich habe euch doch noch gar nichts getan. Das tut mir doch noch nicht. Oh fuck. Da sind ja noch mehr von den fetten. Übertreibt es mal. Das ist Unit 2B. Wir sind in der Position, um die Anrufe für die Attack-Squad in Omega zu vermitteln. Sind wir immer glücklich, dass Sie sehen? Sie kamen aus keinem. Wir kämpfen für unsere verdammte Leben. Wupp, wupp. So, keine Sorge. Ihr kriegt einfach Zaster. Links, rechts, links, rechts. Ausweichen. Wuh. Da kamen irgendwelche Explosionen. Ich hoffe, die kamen von mir. Wenn nicht, dann ist das doof. So, fack, fack, fack. Es kommen immer noch mehr, glaube ich, gerade. Ihr braucht mir hier gar nicht so antanzen. Ihr seid nämlich auch nur Schrotthaufen. Hässliche Schrotthaufen. Kleine hässliche Schrotthaufen. Ja, was ist das? Zuby! Oh, facket. So, einfach mal gegenhacken. So, das geht. Wir nehmen uns jetzt ein nach dem anderen. Verdammt. Es gibt kein Ende. Ich muss sie abholen und helfen, 2B. Was? So, geht doch. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir bringen euch gleich zum Explodieren und ist alles gut. So. Was? 99er-Johan? Nope, da gehe ich raus. So. Sollte auf jeden Fall aus den AOEs raus. Wie bei einem klassischen MMO. Einfach aus den AOEs raus. Und dann ist alles gut. Dann überlebt man das. So, da ist noch einer. Aber ich habe schon gesehen, dass da drüben schon wieder einer anfängt, seine EMP-AOE zu jagen. Yikes. Exilie in the client operational area. Report. So, da ist noch. Ah, ne. Ich dachte, da wäre noch einer. Sprung ist das Thema deaktiviert. Alert. Exilie in the client operational area. Proposal. Return to the operational area immediately. Na klar. Mach ich. Au. Au. Ich habe meine Lebenspunkte gesehen. Alles ist gut. Yikes. Muss das so? Bin mir nicht sicher. Autsch. Komm. Geschafft. Okay. Meine Sicht wird wieder besser. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Einer ist da noch. Geil. Dich hole ich mir auch noch. Fieses, fettes Scheusal. Und explodieren. Okay. 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 Is this... a white area virus? Ich glaube es geht irgendwie noch weiter Ja, hack sie einfach mal Warum denn auch nicht Ja, lass die anderen krepieren Das ist schlecht Obwohl im Moment, die sind nur Stufe 20, ihr seid lächerlich Ja komm Geht doch Da lang Funktioniert Fehlfunktionen des Indifikationssignals Yay Äh, war das gut So, da lang Komm Rüber da Wir haben keine Zeit zu verlieren Scheiß drauf, ob die uns jetzt hinterherlaufen oder nicht Ich werde keine meiner Schwestern verlieren Nie und nimmer Kann ich hier irgendwo abspeichern? Ich könnte hier rüber laufen Achso, nee, Blödsinn Speichern und dann zum Lager Okay, okay, ich vertraue dir Ich gönne mir einfach mal die Zeit zu nehmen Und zu einem Safe-Spot zu laufen Äh, wait Ja, da vorne ist Eine Aber ich dachte, wir sind Ja Ich glaube, das bringt nichts Mit dem Abspeichern Ich glaube, der Safe-Spot hier ist nämlich dicht Nee, ist er nicht Nice Einmal mal schnell speichern Zwischendurch Und jetzt zum Widerstandslager Sagst du Okay Bin mal sehr gespannt Na, nicht durchs Gebüsch Und ein bisschen schneller, bitte Wir haben es ein bisschen eilig Ich weiß ja nicht, ob du das gemerkt hast Aber deine Deine Freunde verfolgen uns Okay, dann komme ich nicht Fuck Nee Das wäre der Weg gewesen Egal, dann gehen wir außen rum Dann haben wir hier Hallo Nope 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 Just nope Ich guck mal, was hier im Lager abgeht Ein Item Kommen die hier rein Hey, Freunde Schön, dass ihr wieder da seid Jetzt kann ich hier nochmal kurz Einmal abspeichern Shop, 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 shop Ach, Moment Das sind die beiden Schwestern Die wir gesehen haben Eben eine davon gewesen sein Aber die haben mich doch verfolgt Die sind böse Ich kann doch nicht einfach gegen Eine Hunderter antreten Omsi Was ist da los Wow Wow, 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 wow Bleib mal geschmeidig, Mädels Nope 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 Ich kümmere mich mal eben darum Das Signal Zu zerlegen, was uns hier abnervt Okay Wenn dem so ist Dann kümmern wir uns jetzt um den Fetten Ach, jetzt seid ihr auf einmal Ach, komm Jetzt seid ihr auf einmal Stufe 50 Aber vorher kriegt das nicht gebacken Oder was Wow, Alter Rolleins Hört mal auf mit dem Gekritzel hier Einmal kurz Den Pott wechseln Damit ich aufhöre Meine eigenen Mädels anzugreifen Ach, fuck Aber Der hat natürlich den Laser, den ich brauche Äh Wo ist denn der Gefährte jetzt hin? Das ist schlecht Shit, shit What happened to the bunker I can't keep doing this forever To me I have an idea It's possible to access the bunker Through a backdoor in the system I can use that to initiate an emergency upload of our personal log data Whoa Wo bist denn du? Gehto Gehto Auf jeden Fall müssen wir da hin Ich meine Da unten geht voll der Terror ab Was stimmt denn nicht mit denen? Ich kann auch hier nicht meine eigenen Leute killen Wait Ach, ich dachte gerade eben Hier sieht es irgendwie ziemlich leer aus Commander Ich bin ehrlich Your high is gone berserk No If anyone is acting infected here It's you Are you nuts? 2B 9S You're being detained under suspicion of virus contamination Wait a minute Bingo! Commander, wir müssen gehen! Oh! Verdammt! Die Tür! Hat das Virus selbst den Bokker infiltriert? Bingo! Operator, was? Das ist nicht der Operator! Es ist... Wir sind hier für uns. Wir sprechen über das Netzwerk und Virus. Wie ist das überhaupt möglich? Wir haben eine gute Idee. Wir haben Spaß gemacht, während wir uns spielen. Aber ich bin froh, dass es für diese Zeit gekommen ist. Okay. Was geht denn bei euch falsch? Ihr Freaks! Ihr freaky freaky... What? Okay, jetzt drehe ich hier auch schon mega am Rad. So, erstmal hier ein bisschen... Jikes! Zumindest ein bisschen Action machen. Auch vor allem in diesem Grau... Auf Grau sehe ich eigentlich so gut wie gar nichts gerade. Alles ist gut. Wir kriegen das hin. Ja! Kommandantin, bleibt einfach mal doof stehen! Und guck dir an! Wir sind ja die bösen, bösen Verräter hier! Sie wollten uns gerade verhaften, Mädel! So! Level Up! So! So! Level Up! So! Oh, gern geschehen. Ah, da sind noch mehr. Ah, fuck, da kommen ja immer mehr. Okay, dann nix viel weg hier. Öh, wait. Komm ich da hoch? Kann mal jemand den Fahrstuhl holen? Das wäre super. Komm, nehmen wir lieber die gute alle Schrote. Und die steht da einfach. Guckt sie das an. So, gib mal ein bisschen Feuer. Okay, irgendwie war das mit den Homings halt doch cooler. Die treffen wenigstens das Ziel. Okay. 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 So, ey. So, da bist du. Oh, geht doch. Hoch da. Okay, hier kommt zumindest nicht ganz so viele. Das freut mich. Aber eure Einzelteile nehme ich trotzdem mit. Oh. So, irgendwie haben wir hier ganz schön wenig Licht. Licht wäre was schönes. Wupp, 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 wo kommt ihr auf einmal her? Kommt, bewegt euch mal ein Stückchen weiter zurück. Hier, anderthalb Meter Abstand bitte, Mädels. Hallo, das gilt auch für euch. Ihr habt ein Virus, das ist uncool. Ach, danke. Puh. Einmal kurz abspeichern. Oh. Oh. Das da draußen sieht auch nicht gerade schön aus. Commander, der Bunker ist verloren. Wir müssen evakuieren. Aber sag mir, warum wurden Sie zu infektiv? Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich, weil ich unsere Datasache verabschiedet habe. Ich habe ein paar weibere Geräusche in der Bunker-Server-Data, also habe ich die Aufladung verabschiedet. Ich sehe. Was? Ich bin ein Operator? Mann, Mann. Mann, Mann. Mann. Das Transport-Terminal ist korrupt. Wir müssen nach dem Hangar und ein paar Flugzeugen bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier ein bisschen was kaputt geht. Das nennt sich unser Raumschiff. Unsere Space Station. Okay. Wir sind schon fast da. Nicht mehr weit. Oh. Ich habe da was gesehen. Ey. Fräulein. Ich habe dir schon mal gesagt. Leg dich nicht mit der Falschen an, Junge. So. Das will ich nämlich mitnehmen. Hier ist was, also will ich das mitnehmen. Äh, Moment. Ja, die Raketen. Ich mag die Raketen tatsächlich. Also zumindest für weitläufige Momente sind die top. Für die etwas... Naja, für diese Sidescrolling-Momente eher weniger. Hier ist das sicherlich noch was. Nee. Na komm. Ab zum Hangar. Führe uns zum... Oh, das sind doch sicherlich auch schon wieder Unmengen an Viechers. Komm. Okay. Oh. Kommande. Kommander, hurry! Kommander! Kommander! Ich, ich幕 selfish war mit dem serveur. Aber 9s kann ja teaspoons und... Ja, kein Zeitpunkt. Ihr auch! Du bist die letzte Schweren der Yorha! Es ist große Ein Victorian, um zu책?? So. Aber, Kommander. Ähm... 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 Und cool! Yikes! All right, enough of this shit. 9S, I need to take over your control! You need to what? I'm getting us out of here! Um... Okay. Flight controls transferred to Unit 2B. Flight controls established for Unit 9S. Setting automatic course. Entering escape route from combat zone. W-w-wait! W-what are you... No! Stealth function released! Your high unit 2B's Stealth function unlocked. Wait! 2B! 2B! Come on, that's schaffen we. Ui... Kommt mir mal jetzt nicht so. No! 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 2B! 2B! 1B! 2B! 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 3B! 3B! 2B! 3B! 3B! ich kann nicht springen jetzt kann ich wieder springen versuche ich mal irgendwie wegzukommen ich glaube es ist nicht gut hier zu bleiben schon besser zum glück kennen wir den weg na los verkaufsgebäude ich weiß wo das ist das gebäude das war das bei dem waldgebiet komm na komm erhol dich wieder erhol dich wieder erhol dich wieder na komm du kannst noch mehr komm schon tubi komm scheiß auf die gegner wir kommen da an wir kommen da an okay ich kann nicht angreifen ich kann nicht ausweichen ach jetzt geht es wieder boah schwein gehabt komm ich da hoch na komm nein warum ah ich glaube ich habe es verstanden der punkt ist dass sich hier zu viele gegner befinden und diesen gegnern und laufe so laufen muss dass ich nach möglichkeit kaum bis gar keine gegner kassiere aber wie komme ich da am besten lang und die sind mit dir genau hinter mir oh es geht wieder es geht wieder es geht wieder es geht wieder ich glaube hier oben gab es einen weg fuck ach komm schon ne ich muss hier irgendwie hochkommen verdammte axt komm 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 es muss hier einen weg geben und wenn das der lange weg ist das ist mir völlig egal da lang nein nicht da runter oder so komm wild life na komm jetzt greifen mich noch die vegetation hier an oder was als ob das jetzt irgendwas sinnvolles wäre dass mich die tiere angreifen ich versuche es mal hier entlang ach sehr gut nein ach kommt schon jetzt komme ich hier nicht hoch oder was komm komm beweg dich geht doch da lang wollte ich komm komm schon wir sind so nah wir sind so nah ja wir sind so nah oh fuck so gleich links abbiegen und dann nur noch geradeaus und nur noch geradeaus komm tübi das schaffst du fuck schon wieder eingefroren und ich wette es war eine sehr gute Entscheidung dieses Viech da vor der Tür äh vor der Haustür von dem ähm von der Einkaufshalle zu zerstören oh ich kann ihn zumindest nochmal schnell abspeichern für den Fall der Fälle nein Schnellspeichermodus nicht mehr möglich damn es ist okay es ist okay es ist okay es ist okay komm gib dir noch einmal einen schnellen Ruck ja komm das schaffst du nur noch über die Brücke nur noch über diese Brücke komm Untertitelung im Auftrag des ZDFK Oh, shit. Komm. Komm, Mädel. Nein! Oh, shit. Boah. Mädel. Boah. Rettung letzter Sekunde. The fuck. Alter. Okay. Sorry, aber... Meine Hände sind... Die könnte ich auswringen. Ja, ich muss mal eben kurz ein bisschen... Mich entblößen, freimachen, Luft holen. Wow. Scheiße. Und ich muss mir mal kurz... Vielen Dank.